und zwei morphin alter das ist unser glücksauto hier du musst auch noch ein morphin kriegen tu es mir in den haufen rein weil morphin ist gegen gebrochene knochen aber ich hab wenn ich mir noch warte mal da muss ich noch mal ganz kurz gucken abseits davon da gibt es noch mehr drin noch mehr bandagen leck mich fett drei von acht das heißt in dem in dem rucksack dass ich 33 plätze belegt haben nur drei frei hast bei frei habe okay dann kann ich aber auf jeden fall noch wenn er null von acht steht dann heißt da kann ich aber noch auf jeden fall eine bandage reinpacken also ein kann ich ein soll ich frei lassen oder sollst du nicht weiß ich nicht also ich den blatt weg packt sonst noch rüber da so und jetzt habe ich einen von acht ich will nur genug mitnehmen können ich will nicht irgendwas hier lassen da ist noch mehr das soll ich lieber noch viel mehr was soll ich denn noch mal zwei blatt weg ja was soll ich dann lieber mitnehmen zwei bandage gib mir mal bitte ein blatt weg wie wenn du auf mich guckst und dann mit dem mausrad rumrollst müsste da irgendwie gibt blattchen füsen warte mal wäre vielleicht ich hab das nicht mehr im inventar ich hab das so ach so warte ich packe das in meinen inventar da mach ich das oh du hast volles blut ich hab noch nichts verloren ja so nails ich hab zwei nägel gefunden ja warte dann bleibt jetzt mal so stehen kann ich aber immer noch nicht anwählen geh mal da weg da geh mal weg da komm komm lass mal hier rüber gehen aber was was ist denn sinnvoll was wir jetzt noch mitnehmen warte ich bin noch nicht fertig da ist immer noch was drunter ja aber wir können ja nicht neuen bandage mitnehmen alter nein das nicht aber erstmal muss ich alles sammeln weil das richtig viel drunter das ist siehst du da war gut dass ich das ist ein endlos loch oder was es wird gar nicht mehr auf aber leg nicht so viel raus alter dann lass uns den lieber aufsparen das ding hier das weiß ja nicht jeder direkt weißt was ich meine wenn du alles raus legt dann liegt das da ja einfach das despaunt so oder so ja aber das ding ist halt einfach ja gut das hört nicht auf das hört einfach nicht auf ich gebe mir jetzt einfach mal eine morphin spritze weil ich kann morphin auto injector ja ich brauch das nicht schon wieder drei bandagen painkiller sind da noch drinnen ich hab das gefühl die spawnen da permanent nach ja aber dann lass doch jetzt gerade was mit dem blood pack mal machen alter dann können wir doch weiter gehen ich will jetzt hier nicht die ganze zeit rumstehen das ist voll langweilig also ist in deinem inventar drin das blood pack warte oder in deinem rucksack ja ne hab ich in meinem inventar so da musste an meinem körper irgendwo dran laufen dann mit maus hart rollen und dann gibt blood ring füßen müsste da stehen steht da nicht das steht nur entweder open petrol pack warte mal ich geh mal in die sicht rein in die andere der geht gerade nicht bei mir in die andere sicht rein warum nicht enter nee aber ich will zum zielen könnte dürfte ja auch gehen dann drück mal ö drück mal ö und jetzt nochmal ö und jetzt guck nochmal auf mich ich sehe nur dein petrol pack steh mal auf bei mir steht nur was mit dem petrol pack ja geil ich brauche aber unbedingt eine blood transfusion weil ich unter der hälfte vom blut tropfen habe ja aber das müssen dann lass uns wieder mal gleich in den wald reingehen dann machen wir das zusammen da irgendwie müssen wir das hinkriegen aber ich dann lass uns lieber jetzt absprechen was wir mitnehmen jerry kane ist auf jeden fall muss jerry kane müssen wir mitnehmen ja ich habe eine ja ok wenn du eine hast dann reicht das ja ich habe eine meine inventar und ich habe jetzt aber nichts mehr platz im rucksack ich habe ich habe jetzt nur noch ein blatt weg die ist bei mir im inventar was ist denn am wichtigsten jetzt entweder painkillers ein painkiller sollte man haben ja ich habe ein habe ich im inventar gut aber ich habe halt ich habe halt doch jetzt auch den rucksack voll weißt du ja ich auch ich kann halt jetzt nichts mehr mitnehmen also ich habe zwei von acht plätzen jetzt weil ich das blatt weg wieder reingetan haben warte mal was habe ich denn hier was das denn morphe auto injektor ach so ja scheiße dass du mir keines geben kannst weil da hätten wir schon einen platz weniger lass doch mal gerade wir kommen wieder kommen wir kommen wieder wir gehen mal gerade hoch zu den bäumen ich will das nur nicht hier die ganze zeit auf dem feld machen weil wenn uns gleich einer sieht und der knallt uns einfach ab da habe ich keinen bock drauf ehrlich gesagt weißt was ich meine also dann lieber hier rüber und dann müssen wir gerade noch mal durchgehen vielleicht sogar vielleicht noch mal beide connecten neu connecten oder sowas können wir machen ja ich weiß nicht ob das was bringt ist ich frage dich halt aber ich weiß ja auch nicht so bleib mal stehen bleibt mal hier zwischen hier zwischen den bischen kann man hier so so nur dass wir nicht direkt abgeknallt werden so bei mir steht leider die ganze zeit open petrol pack besteht niemals irgendwas mit mit ding ist aber jetzt habe ich das blatt weg doch das blatt habe ich immer noch im inventar wo muss denn das hin im inventar einfach nur ja da wo auch die munition und die granate drin ist ja genau genau ja open petrol pack open petrol pack open petrol pack ich frag mal kurz was aber nichts offensichtliches bitte nichts offensichtliches vielleicht mache ich ja was falsch bei mir steht nur open petrol pack ich ziehe mal links von dir und rechts von dir ja hier müsste es direkt schon da kommen re-log sagt er dann re-loggen wir einfach beide mal ok was muss ich jetzt machen escape abort ja jetzt disconnect ja dann wieder auf ok voll der voll 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 lack am haben mit dem ding ja vielleicht wie gesagt dann können wir noch was mitnehmen ich weiß halt nur nicht was am wichtigsten ist weil so wenn jetzt sollen wir von diesen hier knochenbruchzeug da ist morphine sollen wir da nur eins mitnehmen oder ich habe eins du hast eins bei dir für dich und ich habe eins für mich und noch ein notfallding im rucksack ja ich habe nämlich im rucksack alles mögliche aber das nicht so ich bin wieder da ich bin auch wieder da ja genau oh ja ist schon fertig? ja ich habe Farbe ist schon fertig? ja ich bin immer noch in einer animation drin deswegen bin aber schon fertig höh das gibt nicht mehr volles blut what the fuck ja weil du weggelaufen bist du voll idiot man darf nicht weglaufen dabei nein du darfst sie nur nicht weglaufen ich darf weglaufen ja die animation darf nicht laufen ja vielleicht war die animation einfach noch nicht komplett zu ende ja aber ich habe schon wieder volle Farbe aber mein blutstropfen ist halt nicht ja dann lass doch noch mal eins guck doch mal ob du noch welche du da findest dann mach ich das nochmal das sind auch ganz sicher das sind auch ganz viele bloodbacks ja mir ist das scheißegal ich mach das gerne noch fünfmal aber ich ähm dann bleibst du jetzt diesmal stehen ich will nicht das gefühl haben dass du die ganze Zeit durch die Gegend rennst alter so die liegt doch noch im bloodbacks oder? müsste es eigentlich noch liegen ja ja dann komm nochmal her bin ich so jetzt bleib mal einfach mal sitzen bei mir steht transfusion successful oh mein gott was? ich muss kurz mal Antibiotika nehmen das war nicht successful da sind Keime rübergekommen ich muss mal kurz Antibiotika nehmen bei mir stand successful aber ich huste ja bei mir stand aber du? jetzt nicht mehr ok ja dann soll ich jetzt wie machen wir das denn jetzt also hier sind noch also ich habe ein bloodbacks, ein painkiller, zwei Antibiotika und äh ein morphin in meinem rucksack drin eine rotration dann habe ich nochmal zwei bloodbacks in meinem Inventar könnte ich eigentlich gegen einen morphin austauschen also ich habe noch im rucksack steht das was man im rucksack hat immer rechts dann wenn man das während immer bei gear ah ne was habe ich im rucksack ich habe noch zwei plätze frei ich habe noch eine bandage ein fleisch ich weiß nicht was das hier ist so eine galbe schachtel so eine weiße schachtel ja das ist ein Antibiotika ok zwei soda cans und ein fuel tank soll ich den fuel tank mal weg machen ja die sind doch nur 5 liter ne ja ja dann nimm dafür ein morphin mit ok dafür nehme ich dann ein morphin mit und ein bloodback noch ein zusatz bei mir steht das auch bei mir steht das auch nochmal neu connecten einfach ja ne ich komme nicht mehr drauf Connection failed das nähe ich mal ein äh geilen scheiß bei mir steht Receiving Data ja ja bei mir auch Hä du hast doch gerade gesagt geht nicht ne ich kam gerade dreimal nicht drauf da stand Connection failed aber jetzt komme ich drauf waiting for character to create ich bin da ich bin auch da ah jetzt habe ich gerade einen schock bekommen ich auch ich habe schon gedacht ich würde irgendwie keine ahnung was ok also ich nehme mir noch eine warte mal ich muss das nochmal jetzt durchgehen ich will nur nicht irgendwas zu viel haben also ich nehme mir noch eine bloodback mit ich hab den fuel tank muss ich hä wahrscheinlich weil ich den gedroppt habe oder so glaube ich nicht alle wurden gekickt vom server so bloodback nehme ich einmal mit und noch ein was sollst du was soll ich noch in äh dinge ins painkiller oder morphin einen äh das kannst du jetzt also entscheiden painkiller ist gegen das zittern wenn man schießt und morphin ist gegen Knochenbruch aber Knochenbruch ist schlimmer als äh wackeln mit einer Waffe ok dann habe ich dann habe ich mir davon noch was mitgenommen dann habe ich eine bloodback aber im inventar noch ehrlich gesagt jetzt hm ich habe noch eins im rucksack und noch zwei im inventar ja ich habe noch eine im inventar ja also ich habe jetzt eine notfall ration für alles für uns irgendeinen beiden also ich habe einen notfall antibiotika einen notfall painkiller einen notfall bloodback und einen notfall ähm morphin im rucksack und dann nochmal äh zwei bloodbacks in meinem inventar nochmal ein morphin und nochmal ein painkiller ich habe glaube ich eine soda kennt zu viel ich trinke mal eine und dann kann ich ja aber eins blinkt eh so dann kann ich nämlich noch einen mitnehmen was nimmst du painkiller oder morphin mit also ich habe jetzt ich habe im rucksack habe ich nämlich jetzt ähm äh ich ich mach mal drop mal eine soda can wieder zurück in die in das inventar und dann habe ich im rucksack noch einen platz für einen notfall painkiller noch dabei dann habe ich einen painkiller einen morphin einen bloodback eine bandage und ein äh antibiotika im äh rucksack und in der in der tasche also im inventar selber habe ich eine bloodback und einen morphin und noch einen painkiller aber halt keinen antibiotik mehr also ich habe von jedem zwei außer von den antibiotik ja davon habe ich zwei ja ok dann lass uns gehen dann lass uns gehen ja aber cooler tank cooles ding haha was kann man denn mit nails machen ah nix jimmy wurde gekickt ja jimmy wurde einfach für seinen scheiß namen gekickt so ist das einfach jimmy 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 ich glaube es kann wieder aufrecht laufen oder ja aber wobei ja 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 ok ich will nur wenn wir in die Nähe von der Stadt kommen auf gar keinen Fall aus äh Busensammler hm hm glaubst du sein zwei Job ist Busenhalter vielleicht w h bs warum wurde ich gerade gekickt weil du ein Faker bist alter du bist bist einfach ein ein Cheater alter du bist das Schlimmste so langsam müssen wir aber bei einer City ankommen wie sieht es eigentlich aus wann wollten wir nicht mal Pause machen ja wir können jetzt gleich ein Päuschen machen ah so haben wir uns da vorne in dem Wald schon mal auf die Uhr geguckt ja hab ich auch gerade ja ich weiß aber das ist äh ne manchmal wenn man gut dabei ist dann macht es halt echt Spass das ist halt das Ding ähm dann gehen wir jetzt da vorne noch zu dem Wald und loggen uns da bei dem Wald aus würde ich sagen ja nehm ich mich direkt an den Waldrand ich mein ist ja egal egal wir sind ja eh weg aber ähm nur wenn ich als nächstes spawne will ich nicht direkt vor irgendeiner Kanone spawnen hm hm so hier hinter dieses Mäuerchen vielleicht nehm ich da mal hin oh mein Gott ein anderer Spieler Hallo hallo oh ja ah 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 oh bounce bum 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 oh yeah bounce 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 hallo alles klar dann loggen wir uns jetzt hier aus äh ja dann vielen Dank fürs zuschauen und äh ja bis morgen Leute ciao ciao Oh.